Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P 500 hat gestern den Wochenverlust ausgebaut und dabei wurde allerdings eine wichtige Unterstützung respektiert. Das hat zumindest jetzt erstmal Schlimmeres verhindert, das und mehr wollen wir uns gleich genau anschauen. Denn Risikos gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollte sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlungen ausspreche. Wir legen direkt los, wir gehen rüber in die X-Station und fangen mit dem US-Börsenbarometer an. Der S&P 500 ist in dieser Woche aus der kurzfristigen Seitwärtsrange nach unten ausgebrochen, hat also kurz vor dem Jahreshoch gedreht und ist dabei auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen. Das Zwischenhoch bei 4.073 Punkten, das konnte jetzt erstmal als Unterstützung genutzt werden. Sollte der Markt allerdings diesen Bereich nochmals testen und durchbrechen, dann könnte es relativ schnell in Richtung 3.981 Punkte gehen. Das wäre also etwas, was wir heute oder vielleicht dann auch im Laufe der Woche nochmal sehen können. Eine Stabilisierung könnte natürlich dafür sorgen, dass es eine Gegenbewegung gibt. Mögliche Handelsideen dazu gibt es dann in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es immer unten in der Beschreibung. Wir wollen aber auch nochmal auf andere Märkte schauen. Der Deutsche Leitindex hat vor der Unterstützungslinie bei 15.816 Punkten gedreht. Wichtiger Bereich, Hochpunkt, Fehlausbruch und dann der Bruch mit der Verteidigung. Und jetzt gibt es auch einen Erholungsversuch über die 15.891 Punkte Marke. Also möglicherweise ein Erholungsversuch, um durchzustarten oder vielleicht nur eine Gegenbewegung, um nochmals dieses Tief zu testen. Auch hier verweise ich nochmal auf das Video von heute Morgen. Euro-Dollar versucht, die 1.1033 in dieser Woche nachhaltig zu knacken. Vor zwei Wochen war das nicht erfolgreich. In dieser Woche gab es sogar mal ein neues Jahreshoch und zwar bei 1.1095. Also kurz vor der 1.11 Marke gab es wieder Gewinnabgaben. Aber das sieht eben alles relativ gut aus für den Euro. Wichtig also der Schlusskurs oberhalb von 1.1033 und sollte das gelingen, dann könnten wir durchaus die 1.1185 anvisieren. Das ist ein wichtiger Zwischenhochpunkt gewesen von der langfristigen Abwärtsbewegung. Beim Gold sehen wir in dieser Woche den Versuch, die 2.000 Dollar Marke zu knacken. Der Tageschart zeigt, dass das seit vorgestern versucht wird. Zwei Fehlausbrüche, aber je öfter getestet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bereich auch nachhaltig durchbrochen wird. Und die Bullen lassen hier auch heute nicht locker. Die Ölsorte WTI hat jetzt in dieser Woche das Gap geschlossen bei 1.7571 und hier gab es jetzt erstmal keine Erholungstendenz, sondern ein recht klarer Bruch. Und das bedeutet, dass wir das Zwischenhoch bei 1.7166 anvisieren könnten. Eine Stabilisierung und Erholung oberhalb von 1.7571 könnte dann wieder etwas Hoffnung bieten. Also wir haben ja hier Aufwärtsimpuls, Richtungswechsel und jetzt eben die Gegenbewegung. Bitcoin hat gestern die 30.000 Dollar Marke erreicht. Da gab es aber auch wieder Gewinn mit Namen und hier haben wir einen wichtigen Widerstandsbereich zwischen 28.700 und 29.000 Dollar. Viel Aktivität und die Frage ist eben, ob wir in dieser Woche da drunter rutschen. Das könnte dann den Druck wieder erhöhen oder wir könnten dann vielleicht auch in der Zukunft wieder ein neues Jahreshoch erreichen. Das war es von mir. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch der Content gefallen hat. Und wie gesagt, das Video von heute Morgen wird dann mehr Einblicke liefern. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.